Ok, let's go. Hey Leute, was geht? Willkommen zu meinem weiteren Video. Lange mehr ist kein Video gekommen. Ich glaube seit zwei Wochen, also was geht? Wir haben einen Kandidat hier. Ich hasse mein Leben. Kannst du jetzt meine Familie freilassen? Später, ja. Äh, ja. Und wir spielen zum ersten Mal, komm ich Backrooms. Und... Warte mal, ich muss kurz was machen. Ich muss kurz was machen. Ja, dann mach ich was. Dann mach ich gerade wieder. Und ich bin kurz weg. Mit dem Stecker. Ah, so. Ich muss kurz zu mir diesen Leiteral machen, Leute, Jungs. Äh... Ich komm, dieses Video hat... Es hat die Qualität der 4K. Ja. Ich glaub, ich... Ich... Also ich weiß nicht. Vielleicht... Ja. Ist so. Und... Ja. Kursareki. Also... Wir gehen nach... 2 Banjo Links. Oh. Oh. Ich glaub... Ich hoffe, man hört den Sound jetzt besser. Leute, wenn die Qualität schlecht ist, dann schalt's in die Kommentare, ok? Da kann ich jetzt noch so einstellen jetzt. Bei mir ist richtiges Gewitter. Ja, ok. Äh... Ich hab die Tür geöffnet, also... Ich bin... Ja, warte, ich bin nur zu Q und E und zu balancieren. Ich muss mal die balancieren. Oh, schütt. Oh, schütt. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, no. Oh, schütt. Ich geh hier. Geht das? Geht das? Ja, 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 jetzt geht das. Ich geh mal, ich geh hier. Da kann... Warum dann? Ah, mir hätt's herrschen. Fakt. Oh, mein Gott. Ja, warte mal, wo bist du grade? Ähh... Wo man... Da kann Regen aus Ringen durch. Eh... Eeh... Ein grünes peu... ein grün rot 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 blau blau hast du warte grün rot rot blau hatte was sagt nicht mal hast du gehabt das war eigentlich nicht ich habe kein ausdauer mehr hier kann man in den talen gehen hier kann man in den talen ich bin oben wir wollen doch hier oder nicht aber beim nächsten level war gar kein monster ich habe nur unser geraten mann ich habe gesehen ich habe noch mein auto krieger war die mit dem Kustell machen. Ähm. Alles klar. BUM 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 BUM! Bei Jungs hab ich uns. ich hab den letzten key okay gut ok abgraf gekommen ich komme auf spiel gemacht ich liebe das geräusch ich komme ich kenne dieses level die tue gemacht habe so wie ein profi das spiel das spiel kostet so viel aber ich habe es in den wichtigen da ja es ist da ist doch nichts was ich kann ich auch schon an hier ich habe Angst jungen wenn ich mir geht nirgendwo hast du noch wenig für mich er hat verkauft bei ebay jetzt habe ich brauche ich brauche ich brauche ich die pampers haben 10 euro kostet ok welche pampers junge pampers in meine rosa weil ich mir gleich die rote kacke wo ist sie kein monster reihe seit monstern ich lasse mir war schlafen wir einfach unten du bist nicht nach unten ich gehe nach oben weil wir haben dann nicht eins abgeliebt Ja, guck mal nach oben, guck mal nach oben. Gibt schon Angst, oder? Hopp, hopp, komm nach oben! Was hast du? Äh, den... ich hab'n Aufzug. Aufzug? Ja. Komm nach oben, ganz nach oben. Ja, ja, nein, hier, hier. Okay. Da ist die. Waaah! Warte, drück mal den Knopf. Ja, du musst sein, komm, komm einfach rein. Komm rein! Ja! Schon wieder, Junge. Einfach legen, der bist du. Der King, im Glitschen. Äh, okay, hier... Martin, lass mal hier durch, den. Lass mal hier durch, den. Wetten, lass mal... Ey! Warte mal! Warte, komm mal her, komm mal her! Komm, 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 warte! Drück mal C! Drück mal C! Nein, drück mal C! Ist das ein Update? Was ist das? Warte, geh mal weg weg, ich mach mal... Wir können das denn auch mal schauen. Warte, geh mal weg. Du mal weg, ich mach mal was. Geh mal weg, ich mach mal was. Geh mal weg, ich mach mal was. Gäh mal weg, ich mach mal was. Achso, versteh'n was. Warte, was steht da? auch so ich muss es gleich jetzt aber hier ist es doch oder was ich immer weg ja immer noch einmal kommt wie das aus wir gucken wie es aussieht ich hab mich doch mal wie lange geht schon mal 16 minuten jungs tut mir leid aber der tp ist der ist klar ja das ist das auch schon was soll man hier machen keine ahnung was man machen soll aber ein tuta fort neue jungs jungs möglich fort mit jahren ein schatz in die kommentare ich jetzt noch gar nicht mehr ab und es ist nicht schlimm das wort ein spieler worte das ist vorbeid mag ich nicht so ein kopf los die nach unten kopierungen warum ist nur so schluss aber das hier auf ein kopf los wir müssen die ganzen eben machen ich bin tot ich hasse mich was ist das für ein Level unser erstes Level warte doch nicht nein wir müssen ja Sprinten sparen warte 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 mach nicht oh mein Gott ah Schränke die man öffnen kann das nicht Sonne was soll die machen eigentlich wir schon weiter geht ah nein das ist nicht komisch go 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 guau ach he he was hier sind ganz gestorben oh ich habe Mandelwasser ich habe Mandelwasser das ist schlecht für dich ist gestorben aber du hast auch überlebt es wird immer schwieriger noch das weiß ich habe keine an immer du weg wo stehe ich so was so knapp ja ich schick doch die türen ab warum die türen die türen doch bringen doch nichts okay die karl Nein. Ja, ich hab's, ich hab's. Komm. Warte, warte, erst mal, bevor... Tür zu. Ja, geht nicht. Die kann doch nie logisch denken. Ich geh hier lang. Okay, dann hier. Denkst du, dass ein Monster kommt? Nein, an dich, nein. Okay. Ich krieg mal die... Ich hab keine Taschenampel. Ich auch nicht wegen dir. Hä? Ab noch nicht. Seid ihr nicht sprinten? Ja, komm. Was meinst du? Nicht sprinten. Junge. Der kann still ein bisschen so schnell. Ey. Und dann macht der so. Und dann sagt ich hier, äh, ich lauf mal ein bisschen schneller. Warte, 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 ich spende ein bisschen. Okay, einfach hier so bleiben. Einfach so nebeneinander. Ich pack mir in die Hose, wenn die Zeit umstellt ein Monster kommt. Oder wenn irgendein Reue platzt hier. Ich guck, es wird eh was platzen. Oh, nicht die Stelle, das ist schon dunkel. Ja. Taschenappel? Kann ich den. Du musst es. Was? Okay. Wow. Hab ich mich zu schaffen. Soll ich jetzt hier gönnen? Oh mein Gott. Was ist das? Ich gönne. Ich gönne. Ich gönne. Ich gönne. Ich gönne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.